Hoi und Hallo! Zurück zu Dragon's Dogma Dark Arisen. Letztes Mal sind wir im Lager angegriffen worden von einer Art Hydra und haben deren Kopf abgeschlagen. Und diesen Kopf möchte, ich glaube, Kommandantin oder irgendwie so etwas, Mercedes, zur Stadt transportieren und hat gesagt, ja, bitte schließt euch doch uns an. Währenddessen haben wir in der letzten Folge auch mal während Rook hinten irgendwelche Kisten zerstört, haben wir unser Inventar bzw. Ausrüstung etwas aufgepämmt. Jetzt sehen wir mit lustiger Kappe etwas kurios aus, aber wir dürften bessere Ausrüstung haben. Zumindest wir erstmal. Das heißt, wir haben nicht mehr diesen alten, zerrissenen, blutbefleckten Lumpenmann, den wir von der ersten Begegnung mit dem Drachen hatten. Ich würde vorschlagen, an Aufträgen haben wir eigentlich hinfort mit dem Haupt, genau, das, was ich gerade erzählt habe. Wir brechen zur Hauptstadt Gransoren auf. Das würde ich auch gerne tun, das habe ich ja vorher schon erzählt, dass ich ganz gerne zur Hauptstadt möchte. Ansonsten, ja, dann würde ich mal sagen, wir markieren den Quest als vorrangig festlegen, ansonsten haben wir noch nicht so viele Quests. Wir haben noch den Brunnenquest in Kassades, dafür waren wir noch zu schwach. Oder ich habe ihn hier einfach blöd angestellt und Mövenjagd, das, naja, das war jetzt nicht so, ähm, nicht so von ober Priorität, deswegen würde ich sagen, genau. Gehen wir mal raus und begleiten Mercedes, oder Mercedes, zur Hauptstadt. Weil, wenn wir jetzt gleich mal kurz auf die Kassel... Eine schreckliche Kassel. Ich sah sie von meinem Spot in der Post. Was war es? Woher kommst du denn, Ofama? Es wurde dann dispatched, dann? Okay, äh, warte einen Moment. Ist Kina nicht mit dir? Kina, wer? Sie wurde gesagt, die Stadt zu verursachen, in der Suche von Arten für deine Wände. Ich dachte, du hattest sie mit ihr. Es sind dunkle Zeiten für eine Mädchen, allein in den Wilden. Hatte eine Idee, woher sie oft sein könnte? Hm, könnte es die Frau gewesen sein, die, ähm, ja, uns versorgt hat? Die wird nicht sehr, sehr interessiert und und zwar. Oder ist. Ich muss da echt gestehen, ich hab deinen Namen vergessen. Built to keep out Goblins, I should think. We'll need Kina's help for this. Let's ask at the village. Hey! Jetzt läuft er wieder zurück. Hallo! Äh, ah, hier sind wir. Hey, 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 hey. Warte doch mal. Entschuldigung. Na. Ist ja aber was hier. Stopp, 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 stopp. Das heißt, wir haben einen neuen Auftrag bekommen? Nein. Hm. Was machst du denn, Elva? Jetzt wollte ich schon wirklich interagieren und dann... Okay, laufen wir noch einmal wirklich schnelle nach Kasades. Elva hinterher, der Weg ist ja jetzt ganz gut... Ganz gut beschützt, wie man sieht. Die Snowdridge ist gerade auch nochmal bestätigt. Auf geht's, auf geht's, auf! Na! Vielleicht hat Kina ein paar Beispiele in ihrem Haus gelegt. Hm, okay. Also meine Vasallen stecken mir was zu dem Auftrag. Tis, deine Home-Town ist... Aber strange, dass wir da noch keinen Quest-Marker bekommen. Genau, den Hinweis hatten wir schon. Wer bist denn du? Ah. Ah, da oben. Mino. Ah, da oben. Ich habe deinem Ohr einen Moment. Es war ein fuller Son, seit letztem ich Kina gesehen habe. Sie hat über die Wäsche gesprochen, um eine Kür für deine Wunsch zu finden. Wenn sie da für wirklich... Ich sage dir, finde ich Kina und sie wieder zurück, wenn sie eine Kür für deine Wunsch zu verletzen. Oh. Ja. Ich würde sagen, wir schauen oben nochmal kurz in der Wohnung nach, im Haus nach. und werden dann uns wirklich entscheiden müssen, ob wir jetzt Stadt aufbrechen oder China suchen. Okay, also die gelben Fragezeichen bedeuten, dass es ein aktiver Quest ist. Also ich bin mir wirklich noch unsicher, was wir tun, aber ich würde eigentlich gerne zur Hauptstadt. Also das ist das Zimmer, wo wir ja aufgewacht sind, mit dem uns China und China versorgt hat. Das muss ich nicht immer wissen. Chinas Notiz. Ah. Ach, das ist schön, aber Olive. Okay, schauen wir mal. Inventar. Ich lerne es auch noch. Schauen wir mal, ob wir im Inventar... Genau, da ist erster Tagebucheintrag. Nee, 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 nee. Und das ist jetzt nicht das. Ist das das? Chinas Notiz. Genau. Äh, nein. Nein, wieder noch. Ich möchte sie gerne lesen. Erklärung wechseln. Anordnen, bestätigen. Nee, wir können sie, wir können sie... Wieso kann ich... Achso. Er stelle heute für die Heilung eine Lampe. Nee, 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 nee. Ich möchte sie doch nur lesen. Achso, die Worte Kirche, Drache und Hexenwald stechen hervor. Hm. Bringt uns auch nicht so viel. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Manamania Pfad. Manamania Pfad. Das hatte ich, glaube ich, markiert. Da waren... Nee, Manamania Pfad war, glaube ich, das hier. Genau. Manamania Pfad. Das ist auch Manamania Pfad. Hm. Müssen wir gleich mal gucken, was das bedeutet. Ähm. Ah! Da treffen wir wahrscheinlich Mercedes. Und hier wird vermutlich Gransoren sein. Was ich eigentlich gerne... Ja. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wo der Hexenwald ist. Fürchte... Genau. Beginnen nach eurer Suche. Zeigt mir doch mal den Questmarker an, wo ich da suchen muss. Ah, okay. Also... Da sind wir auf jeden Fall hier im Süden. Und hier deutet sich auch schon ein Wald an. Ja, was machen wir? Kina suchen? Also moralisch jetzt gesehen würden wir natürlich Kina erstmal suchen. Ah, Rook hat einen Hinweis für uns. Rook, bleib mal hier. Okay. Dann... Auf, auf. Dann würde ich sagen, ist die Wahl gefallen und wir werden zum Hexenwald Kina suchen. Ich hoffe nur, dass wir mit unserer derzeitigen Ausrüstung stärker uns nicht übernehmen, aber wir werden es hier sehen. Tom down down ... Hallo Rook. Wie solltest ihr losgehen? Auf gehts! Die Winterwoke ist ein bisschen abab city. Aber ich sollte dich'veقطnen sein können. Hallo. Hallo. Wie sieh' einen immer um, ein Romschlavenzeln. Na, auf gehts! Es ist ja schon in gewisser Weise schön, aber ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Ah, Olive kennt sich auch wohl ein bisschen aus. Ich habe schon gesagt, ich finde es eigentlich recht schön. Dass die Verseilen mit einsprechen und ein bisschen zuquatschen, wird aber irgendwann auch ein wenig, äh, ja, durcheinander. Ah, was haben wir denn da? Hallo? Was ist das denn, dass ihr das für... Streitet euch drum. Oh, 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 ich höre sie, ich höre sie, wir hören sie. Ach, blödes, ein blöder Problem. Ist ja lieber Gott. Goblin. Hell, wärst du mal nicht hingegangen? Naja, so viel Schaden haben wir gar nicht bekommen. Die Küste hier unten will ich auch nochmal erkunden, aber, 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 wir werden jetzt erstmal zur Richtung Hexen, bald. Aufbrechen. Weiter marschieren. Der Duke kann standen, die Kommission hat ein paar neue Straßen. Ich werde das Enkampmenten passen. Diesen Weg. Und rein da. Ach, wir hätten auch draußen vorbeilaufen können. Der Kassadus ist gekommen. Das ist eine fairer Noten. Wenn du den Kampf einen Struggle finden möchtest, kann es dir beheben, dass du deine Partie aufpassen möchtest. Okay, naja, im Brunnen hat uns der Kampf schon etwas Probleme bereitet, aber ich glaube noch an meine Party. Ich möchte eigentlich niemanden abgeben, solange es wir noch nicht müssen. Ja, ganz schön, was ist hier? Moment, schauen wir mal kurz auf die Karte, weil wir müssen, genau, wir sind jetzt hier und müssen genau einmal rumlaufen. Und Rook, ich dachte, du führst uns hier. Das ist schön. Manamia Trail. Kommt auch da. Rook? Schön, dann sammeln sie für nämlich. Okay, also nicht gerade hilfreich, aber wir sehen ja auf der Karte durch den Questmarker, wo wir hinmüssen. Ja, richtig erkannt, Olive. Wie schön sie doch, ähm... ...auf mich aufpassen. Ja, die Diebe, wir waren ja hier schon mal. In einer der letzten Folgen. Und, ähm, haben die Banditen hier eigentlich ganz gut in die... Haha, was heißt eigentlich ganz gut? Ähm... Sozusagen der Anführer war etwas problematisch, also da haben wir wirklich... Äh, komm, wir laufen wenn möglich dran vorbei. Weil diese Anführer, oder diese Meisterbanditen, ich hab keine Ahnung, was die sind. Die sind wirklich hart. Also, wir haben ihnen keinen Schaden gemacht. Wirklich null. Und, ähm... Nein! Ah, Rook führt uns jetzt. Äh, Rook, du greifst euch nicht ernsthaft jetzt an, ey? Ach, Gott. Weiterlaufen, 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 weiterlaufen. Kommt ihr hierher? Kommt ihr hierher? Hierher? Schön. Sie hören ja zumindest mal auf, äh, Dorian. Ja, es ist... Also, in dem Fall wollen wir nicht feige sein, aber es ist besser... Och, sie kommen hinterher. In dem Fall... Äh... Warum wird das Bild... ...auf einmal so neblig? Ach, das ist tatsächlich Nebel. Ah... Ne, in dem Fall ist es wirklich... Ihr habt gesehen, Rook kriegt da einen Schlag und zack... Ah, hallo, Kina. Und zack, ähm... War er... Äh, Luke. Lauf es mir. Rook hält sich selber. Sehr vorbildlich. Ist... Ist das Kina? Was ist das? Entscheint. Hallo, Kina. Der Fluss der Südengranz ist neblig. Oh, was machst du? Ich... Du kamst mich für mich? Ja, genau. Entschuldige mich. Ich würde niemals wünschen, dass du dich wärst. Es ist aber auch ein wenig... Hallo, es sind ja nicht nur... Nicht nur... Ich hab mir Sorgen gemacht, sondern auch die anderen. Ich hab mir Sorgen gemacht. Oh, ein Witch walks these woods. One who understands the language of the Dragon. Wenn ich sie find, ich will sie Hilfe und Hilfe, wenn du mich mitfassst. Diese Fog läuft schlecht. Ich würde leichter gehen mit ihr auf meine Seite. Ich habe eine Frage, die Sie wissen. Hmm, Kina war wohl auch nicht mehr so ganz geheilt. Aha, sie will mehr. Äh, verstehe, aber ob sie dann so gut auf uns zu sprechen sein wird? Kina, läufst du uns hinterher? Was hier alles rumläuft, schau mal kurz auf die Karte. Ach ne. Ei, 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 ei. Ein bisschen weit dürfte wahrscheinlich das hier sein. Aber wo sind wir jetzt genau? Sind wir jetzt wirklich hier in diesem Bereich? Noch im Eingang? Sehr, sehr großes Areal anscheinend. Ich bin gespannt. Oh. Oh, ich bin gespannt. Oh, ich bin gespannt. Da ist doch irgendwas... Wir speichern mal kurz... Speichern, fortfahren... Ja... Ah...so... Aber was ist denn jetzt mit Rook los? Irgendein... Schauen wir mal kurz im Status... Müsste das drin stehen? Zug... Angriffabwehr... Zustand... Durch Nest heißt das... Das hab ich mir schon fast gedacht, aber... Ah, die Nase juckt... Soh... Moment... 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 Und was wäre denn das? Ähm, Snowdridge? Snowdridge? Wo läuft der hin? Da wollen wir doch aber gar nicht hin. Ah, hier verzweigt. Oh, oh, oh. Äh, Luke war hier. Wir laufen jetzt erstmal hier in dem Bereich. Ah! Ist da noch irgendwas? Ah, jetzt sehe ich sie. Da. Hä? Das erstmal. Jetzt haben wir die gute Kina in Ruhe. Wir haben den Feuer. Nein, sie werden nicht in Ruhe. Es ist Pins. Schrauben sie runter. Feuer funktioniert gut. Wir haben einen schlappenden Target. Jetzt, Angriff! Ich werde immer schön hinter mir bleiben. Was geht eigentlich, aber... Er ist sehr, sehr... Ah... Was ist denn jetzt da wieder hoch? Es ist schön, dass Rook uns führt, aber... Wir müssen sicher sein. Es muss eine Chance geben. Es muss ein paar kleine Hände geben. Was ist das? Beide. Es ist aber schnell tot, die... 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 Dinger... So, lieber Rook... Warte doch auf uns! Na, das tut er auch! Und nu? Immer eine schnelle Heilung parat! Danke, danke. Ich bin auf meinen Weg! Neun, 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 nicht sterben! Danke, Roog, danke, Roog. Tack ist gut in Ordnung, wenn Du sie mitst. Danke, Roog, danke, Roog! Ja, Olive, komm. Das ist schön. Oh nein. Wo ist denn diese blöde Spinne? Ich sehe sie nicht. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass das Gift uns, ähm... Unsere Lebenskraft verkürzt hat. Wir gucken mal kurz. Wir haben nämlich irgendeinen Heilsrank da. Heilt alle Schwächungen körperlicher Natur. Können wir die mal benutzen, bitte? Ah. Prima, hat geklatscht. Blödes Vieh. Hui. Schöne Lichtung. Da. Das muss es sein. Komm, Kaz. Hm. Der Questmarker auf der Karte zeigt aber irgendwas anders an. Ah, nee, stimmt. Dann ist das der Wälderbücher. Guck mal. Guck mal, was ist hier vorne? Hallo. Hallo. Ach. Das klingt interessant. Bege ich deine Frau, aber wir suchen die Wälder von diesen Wäldern. Oh? Eine großartige Frau? Vielleicht habt ihr sie gesehen? Na, sieht schon ein bisschen unheimlich aus, das klingt, ne? Du siehst, Grandmother? Deine Grandmother? Ja. Ja. Na, woher können wir sie finden? Ich würde sie fragen, ob sie in einem schrecklichen Wälder beantworten. Sie ist tot. Sie ist tot. Sie hat tot. Sie hat tot, wie alles muss. Oh. Was von dir, dann? Wälder du von dem Dragen? Kannst du das Wormspeak lesen? Wormspeak? Der Großbritann hat mich gesagt. Die Verkunft wissen. Es besitzt den Gehirn. Besitzt die Wahrheit. Die Wahrheit, die Wahrheit für die Wahrheit außerhalb der Verkunft sind. Die Verkunft sind heretisch. So... Ihr Großbritann hat nicht gesagt, dass die Verkunft nicht so sein? Ja. Ja. Dann scheint es, wir müssen die Verkunft, wenn wir mehr lernen wollen. Du hast unsere Dank. Wir lassen Sie in peace, um zurück zu unserer Stadt zurückzukommen. Ich habe gelernt, was zu tun in dieser Quest. Ich habe gewonnen, Quest-Knowledge. Was ist das? Das ging mir jetzt ein wenig zu einfach. Ist sie wirklich nicht die Hexe? Vielleicht in Jünger verzaubert? Ah, wir sollen Rook ansprechen. Okay, wir werden, denke ich, auch nochmal mit Selene, mit der Hexe, oder mit der Enkelin der Hexe quatschen. Aber das erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaut einfach wieder rein oder lasst einen Daumen da. Ansonsten danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.